In einem SUV wie diesem Subaru kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein Benzinmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Dieses Auto ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und Zentralverriegelung ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Subaru machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren.